Das, also hört zu, dass ihr nur eure Arbeit macht, wird in Zukunft nicht mehr genügen, klar? Ihr müsst sie gut machen, sonst können wir nicht bestehen. Todesfälle dürfen ein akzeptables Maß nicht überschreiten. Freiwillige vor. Jetzt alle zwei Wochen ein neues Schild oder was? Leider hat heute niemand mehr einen Arbeitsplatz auf Lebenszeit. Aber Arbeit ist genug da, für uns alle. Wenn wir uns den Herausforderungen der Zukunft stellen wollen... Krankengeld? Nein, wie gesagt, wenn Sie nichts arbeiten können, dann bezahlen wir auch nichts. So einfach ist das. Da oben ist ein Zug entgleist, verdammt nochmal. Ich will, dass ihr da hinfahrt und den gesamten Schaden auflistet. Oh Mann, an der Arbeit! Wenn ihr alle anpackt, ist das ein Kinderspiel. Vorsicht, da kommt einer. Macht schon, und Augen auf. Weg runter vom Gleis, komm. Die wollen uns loswerden. Die bringen uns in eine Position, in der wir gar keine Wahl mehr haben. Warum können wir hier nicht zusammenbleiben? Zusammenhalten. Ich habe Familie, tut mir leid. Es ist die Frage, wie ist man effizient? Effizient? Scheiß-effizient! Du und deine verdammte Stechuhre, ich ziehe dir deine Defizur in den Arm! Ja, aber blöd, Mann! Hey, wisst ihr, warum der in der Scheißverwaltung hockt? Weil er den Gleisen nur Scheiße gebaut hat! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020